Das Wort etwas wagen ist verwandt mit dem Wort wägen. Wenn ich etwas wage, dann geht es darum, Risiken und Chancen miteinander abzuwägen. Und dabei kann es durchaus sein, dass die Waage einmal aus dem Gleichgewicht kommt. Genau das machen auch Kinder. Sie wagen etwas, sie fallen hin, sie kommen aus dem Gleichgewicht und am Schluss lernen sie, auf diese Weise zu laufen. Wenn du also etwas wagst, auch wenn du nicht weißt, ob es dich vielleicht aus dem Gleichgewicht bringt, dann lohnt es sich meistens, es zu tun. Denn am Schluss wirst du den Schritt machen und weiterkommen, genauso wie die Kinder, die laufen gelernt haben. Bis zum nächsten Mal. Nee, nee, nee. Untertitelung des ZDF, 2020